ja recht herzlich willkommen hier zu einer produktvorstellung und zwar geht es heute um den basic s in verbindung mit einem swd und zwar möchten wir heute einmal eine ein glockenspiel simulieren sowohl mit sound als auch das war die glocke einmal bewegen und ich würde sagen wir fangen einfach einmal an und ich sage euch wie es alles angeschlossen wird das ist relativ einfach am swd wird der servo an die dafür vorgesehene stelle aufgesteckt das kann man gar nicht übersehen das sind drei pins da wird der servo rauf gesteckt ansonsten ist am swd schon ein anschlusskabel dran dieses kommt einfach an euren digital strom ran und kommen wir mal zum basic s auch da es relativ einfach hier wird mit so ein stecker einfach das kabel ran gemacht und hier auf geschoben ansonsten die kleine soundbox die wird in den dafür vorgesehenen steckbuchse gesteckt und das ist auch zweipolig einfach reinstecken und ich würde sagen wir fangen jetzt aber einmal an dass wir als allererstes das glockenspiel einmal durchgehen oder besser gesagt den basic s einmal durchgehend im programmieren wie man es programmiert das zeige ich euch jetzt so okay dann kommen wir mal zum basic s also ihr könnt wie gesagt immer wie bei allen anderen produkten dieses jahr auslesen decoder vorlage runterladen oder einfügen oder ihr geht direkt auf template und fügt euch einmal den basic s hier rein standardmäßig ist er auf eine log adresse programmiert das geht auch nur auf eine log adresse und zwar auf die log adresse 3 wenn wir ihn dann einfach mal anschalten mal schauen ob man schon sound macht ich nehme mal kurz den basic s rüber und wir machen ihn einfach einmal an ja und er funktioniert auch schon aber was können wir denn alles überhaupt beim basic s einstellen da gehen wir mal auf vorlagen templates und gucken uns das mal an also für uns ist sehr wichtig das glockenspiel also an sich die glockenspielzeit das bedeutet wie lange die glocke denn spielt das ist hier in sekunden angegeben diese würde hier 20 sekunden spielen so als nächstes hätten wir hier glockenspielzeit das bedeutet dass man über die modellbahnzeit sozusagen das geht natürlich nicht bei jeder zentrale das muss die zentrale mitmachen über die modellbahnzeit die glocken spielen lässt was ist noch wichtig für uns natürlich glockenschlag per zufall kann man auch machen ja da wird dann per zufall die das die das glockenspiel ausgefügt und zufallszeiten minimum wer wie häufig es minimal also wie häufig es minimal kommen würde als nächstes hätten wir hier die andere konfiguration und zwar ist da der glockenschlag abstand noch wichtig für uns da kann man den sogenannten glocken abstand in 10 ms pro wert noch ändern ich würde sagen ich würde sagen ich gehe jetzt einmal auf die andere sache ein und zwar auf den swd so okay meine lieben dann schauen wir uns jetzt mal den swd an bei den swd ist es so der kann sowohl über eine log adresse als auch über eine sogenannte weichen adresse gesteuert werden aber in unserem fall müssen wir eine log adresse benutzen weil wir ja gern die kombination aus basic s und swd benutzen möchten mit einem mit einem einfacher anschalten und deswegen müssen wir als allererstes zubehör decoder auf multifunktions decoder ändern oder ihr ändert einfach die cv 29 wenn wir das gemacht haben ja wenn wir das gemacht haben haben wir den ersten schritt schon fertig wir schauen uns mal an ob es auch schon funktioniert dafür es wünschen war einmal ganz kurz auf den anderen bildschirm damit ihr das auch seht und wir testen das einmal ja beim anschalten geht es in eine richtung beim ausschalten in die anrichtung also haben wir es auf jeden fall schon mal geschafft auf die log adresse zu programmieren so dann geht es weiter mit dem programmieren als nächstes gehen wir mal bei schaltausgänge rein schaltausgänge 1 und da ist der erste wichtige punkt den wir machen müssen weil wir haben ja ein glockenspiel den servo modus wenn ihr mal auf dieses fragezeichen klickt dann seht ihr hier die 1 wer schwingen zwischen endpunkten beispielsweise glocken also stellen wir auf 1 und schreiben das einmal wenn wir das einmal gemacht haben haben wir natürlich hier auch die geschwindigkeit drin und wir haben hier unten die schaltzeit die schaltzeit ist auch wichtig und zwar ist es die wartezeit an den endpunkten die habe ich jetzt erst einmal rausgenommen also auf null gestellt die steht also genau auf null gestellt und jetzt schauen wir noch einmal was unser servo decoder jetzt macht hier ist eigentlich nennen wir können ja noch mal kurz lesen was hier für ein standardwert und ich glaube hier ist ein standardwert von 10 oder 20 drin die 10 genau jetzt schauen wir uns doch einmal an hier um uns auch mal ganz kurz den standardwert wieder wir schauen uns jetzt einmal ganz kurz an wie das jetzt aussehen würde dafür switchen wir natürlich wieder auf die andere kamera und schauen uns das mal an ja okay das ist bei uns natürlich viel viel zu langsam das ist uns natürlich viel viel zu langsam und da müssen wir jetzt ein bisschen rum basteln dafür gehen wir natürlich wieder auf unseren anderen bildschirm bei vorlagen ich würde sagen ich nehme erst mal die endzeit ganz kurz raus schreibe dieses einmal also die schaltzeit und wir machen die geschwindigkeit mal jetzt mal hier mal ein bisschen runter dass es schneller wird und schreiben das einmal ich glaube tatsächlich hat es mal auf 4 probiert also runter ist wenn man runter geht und wird es schneller sozusagen hier könnt euch auch die info angucken die stellgeschwindigkeit in minisekunden umso weiter runter geht umso schneller stellte okay haben wir einmal geschrieben schauen wir uns einmal an wie es jetzt aussieht ja jetzt wird er aber schneller und jetzt wird er ganz ganz schnell und das ist natürlich ganz komisch und zwar müssen wir da noch ein paar andere sachen einstellen aber auch dieses ist gar nicht schwer und das zeige ich euch jetzt einmal und zwar müsst ihr wie gesagt haben wir ja hier einmal den servo modus da haben wir die endzeit rausgenommen dann haben wir noch den spezialzeiten modus da können wir einmal aufgehen da ist nämlich die geschwindigkeit für das nachwippen drin das heißt wenn er aufhört wenn er aufhört zu schalten wird er noch mal sozusagen nach nun kann man mit so genannten anfahrtsrampen arbeiten und mit ausschwingen arbeiten und zwar wäre es hier dafür kann man sich das hier mal angucken das ist einmal die cv 103 und die cv 104 so wir stellen das einfach einmal runter ich glaube tatsache das wird auch in mili genau in millisekunden wird das angegeben wir stellen das beides einmal aus wir wollen keine anfahrtsrampe haben und wir wollen keine ausschwingen rampe haben für unseren test jetzt hier das machen wir einmal und wir stellen das wir stellen das mal noch mal hoch auf 10 das war nämlich recht schnell gewesen wir stellen wir noch mal auf 10 hoch ich muss mal gucken wie es jetzt aussieht das machen wir am besten zusammen einmal rüber und dann schauen wir mal was er jetzt macht das ist auch noch viel zu schnell für unser glockenspiel viel zu schnell also ihr bastelt daran so lange rum wir machen mal 20 bis ihr nachher die perfekte synchronisation habt mit eure glocke und das mache ich jetzt mal ganz kurz fertig und dann sehen wir uns gleich wieder so mein lieben ich habe es tatsache bei 20 einmal gelassen also das ist ein bisschen kleiner primel kram den da machen könnt dann müsst ihr einmal testen ich würde sagen ich zeige euch aber mal ganz kurz wie das ausschaut oder wie sich es anhört in kombination wie es ausschaut ja hier also starten wir mal also also nicht zu 100 prozent synchron aber schon mal ganz okay würde ich mal sagen wie gesagt das ist ein bisschen spielerei und zwar nachher mit den geschwindigkeiten wir hatten ja den den basic es sozusagen einmal auf den auch auf die adresse 3 programmiert genauso wie unseren swd und ja meine lieben so kann man sich ein glockenspiel bauen das sind zwei kleine module die man dafür braucht einmal den basic es und einmal den swd und damit habt ihr eigentlich auch schon die möglichkeit euch sound und bewegung in eure kirche rein zu holen und ja meine lieben ich würde sagen wenn es euch gefällt lasst einen daumen nach oben da und dann sehen wir uns einfach beim nächsten mal wieder ich sage bis dahin ciao ciao und